Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Das heißt, wir gucken, ob wir eine Helm-Mission finden, die mir auch gefällt. So, hier nochmal kurz zur Erklärung, das ist die grüne Schrift, ist halt Gede, in der Gede bin ich ja auch, die nennt sich Night Launch, da kann man gut rein und spielen, das macht Spaß, das ist toll, meine Gefährtin, ey, verpiss dich, äh, da hast du hier meine Gefährtin, die ist ganz lieb. Genau, so ist das auch. Sie hat, ja, wenn ihr hier, guck mal, ja, feinde wissen nicht, wie viel, bla bla bla, alles cool. Genau, so, aber um mich halt kurz zu halten, wir gucken mal, äh, erstmal ein bisschen mal hier, mal zu flotter. So, dann sind wir ja auch schon mal hier, und dann gucken wir mal, wo wir was finden. Wir brauchen eine kleine Konsole, eine sogenannte Missionskonsole. Wo zum Eierkopf, wie befindet sich die denn? Schau doch, nehm mal die Lade, die da steht, seht euch die an. Gucken wir mal. Hm, Aufstände, wöchentliche Story, Aufstände, bla 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 bla, Flashpoint, bla 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 bla. Nö, danke. Aber da hast du mich auf eine Idee gebracht. Dafür brauch ich die Karte. Passionsabflüge. Und Teil... Ah, hier auf die andere Seite. So, äh, ja, wie gesagt, hier müssen wir jetzt einfach mal... Ach, die dunkle Seite gewinnt dann Stärke. Das ist ja mal voll uncool. So, da sind wir hoffentlich gleich hier, und dann gucken wir mal, ne? Also, ja, so. Das mit... Hier spricht Flottenadmiral Algo. Wir können dem Feind hier einen schweren Schlag versetzen, wenn wir seine Staffel ausschalten. Wir haben einige Ziele identifiziert, die hilfreich sein könnten, aber der Schwerpunkt liegt auf den Jägern. Vergesst das nicht. Seid stark da draußen und helft euch gegenseitig. Zeig dem Feind, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja, genau. So, äh, ja gut, äh, ich hab mich doch kurz verarbeitet an das Ruhmerschen. Wie ihr sehen könnt, machen wir hier gleich ein Spielchen mit dem Feuer. So. Was ist hier noch in 17 Sekunden? Geht los? In genaue 17 Sekunden. Ich hab sie nämlich nur noch nie gemacht. Deswegen weiß ich nicht, was ich hier machen muss. Aber wir werden sehen, was passiert. Und wir bald. Wir kommen! Ah ja, ihr könnt doch wieder lachen, ne? Lachen ist ja wünscht. Bitte schön. So. Also steuern tue ich dir das ganze mal mit der Maus, ne? Hoch runter hoch. Sehr gut. Ähm. Ja, ne? Hier so unendlich schießen. Das ist schön. Das ist gut. Das haben wir gut hinbekommen. Jetzt fliegen wir mal. Ah, ich hab' da, ey, yo! Das ist ja, was ist ja, das ist ja schlimm hier. Das ist ja, das geht ja mal gar nicht. Jupp, 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 jupp. So. Probier mal gleich mal ein bisschen was ausmachen. Ich verstehe, das machen wir gleich. Schutze schälet. Schutze schälete hoch und davor. Zeit zum Improvisieren. Okay. Ich hab' keinen Plan, was ich hier machen soll. Das sieht man gefährlich aus. Und was ist, wenn ich hier drauf drücke? Die vier, das ist ja. Okay, mit der Leertaste kannst du beschleunigen. Das ist ja natürlich alles toll. Das ist ja wirklich schön. Ah, sukkalabuka. Humpahumpah. Scheiße, verdammt. Das ist ja. Das ist ja zum kurzen. Epe. Steuerung gleich fucking. Steuerung gleich fucking. Steuerung gleich fucking scheiße, das geht gar nicht. Wir nehmen Schaden. Was? 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 weiß ja was heute der rutsch dass mich doch alle in Ruhe Mama wo ist denn hier oben und unten ja scheiße ja ist ja gut ich weiß ja nicht mal wo ich hin muss der Kampfbruch steht kurz bevor ja toll, das war ja mal wieder das war ja mal ein Tritt in die Propriace das geht ja mal gar nicht scheiße was soll denn du rutscher geh weg die Steuerung ist ja Tosche wo eigentlich auch kotzen man ist ja das geht ja gar nicht ja 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 ist ja gut ich hab doch keine Ahnung das sind doch alle in Ruhe Rumpfbruch steht kurz bevor Entschuldigung also das Fliegen ist ja hier der Katastrophe das krieg ich ja kein bisschen hin das ist ja ah ja 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 das kommt bei einer Vergewaltigung gleich das habe ich ja Angst Mama Hey ich vielleicht noch ein bisschen ich weiß nicht also mein Leute ich habe keine Ahnung ich weiß echt nur was ich hier weiß nicht was ich hier machen soll ich ich habe keine Planung ich versuche mal ganz ehrlich ich versuche das jetzt mal hier ich habe keine ahnung was ich machen soll ich heiße das ist ja da leuchtet was ich nehme ich mal sie an was wir gefunden haben ja ich weiß es nicht was das war scheiße mama ich will jetzt lasst mich doch alle mal hier ich weiß noch nicht mal was ich hier machen muss es ist schwierig und so mal hier ich tue mal so als ob ich probier sehr gut nein danke ich möchte hier weil ich möchte hier raus also ich möchte ich sofort raus mit sofortiger wirkung ich möchte mit sofortiger wirkung möchte ich hier raus so ihr kleinen süßen hunde so ihr kleinen süßen ich werde euch jetzt verlassen ich hoffe es hat euch gefallen ihr könnt ihr kommentieren und abonnieren und ich würde mich natürlich für einen positiven effekt auch da freuen ich wünsche euch dementsprechend erstmal einen wunderschönen guten abend und dann bis die tage auf wiedersehen gutti gutti auf wiedersehen dann bis er bin Vielen Dank.